It's your boy SkinnyP, willkommen meine Damen und Herren zu einem, nicht wirklich Experiment, aber zu einer Sache, die ich schon ewig nicht mehr gemacht habe. Und zwar spiele ich jetzt ein Solo-Queue und ich habe das früher eigentlich schon, ja eigentlich immer gemacht. Früher war ich ja immer im Solo-Queue, das war ja ganz, ganz lange Zeit mein Standardprogramm. Aber die letzten zwei Jahre habe ich eigentlich überhaupt kein Solo-Queue mehr gespielt, sondern nur noch mit meinen Leuten oder gar nicht. Ich stehe aktuell auf Lem und wir gucken jetzt einfach mal an, wie der Hase läuft. Ich werde hier aber für alle Fälle, falls es richtig, richtig ranzig werden sollte, auf Short gehen, auf ein Short-Matcher. Erstmal wieder reindippen, das Füßchen. Ich erinnere mich da schon an mitunter sehr haarige Mitspieler. Von den Maps her mache ich es wie folgt. Ich lasse Nuke drin und lasse einfach alles, wie es ist. Let's go. Eine Ewigkeit später. Mirage. Oh, lecker. Let's go. Okay, let's go. Schauen wir mal nach den Namen. Das Dorsia. Das Dorsia-Pik. Okay, das Döschen. Kiera und Gaucho. Guck mal kurz in die Account rein. Das sehe nur ich. Das seht ihr nicht, ich weiß. Okay. Warte, komm. Ich mache es euch auf. Okay, okay. Äh, dann hier. Warte, wo war ich jetzt? Bei Gaucho, ne? Ehen haben sie die Plätze getauscht, die Schweine. Was soll das? Ah, ja, okay, alles klar Und hier, as always Okay, gut, gut Und was ist mit dir? Da ist der Peak Ach komm, wir gucken uns die Gegner auch an, oder? Dürft ihr auch nochmal mitgucken, let's go Sunlight Sunlight Okay, du alter Gauner Okay, dann haben wir hier noch Mr. Beban Beban Ten Nicht viel los bei ihm Das hatte ich nicht vor Ich wollte ihn mal eben anschreiben, ne, klar Oh Aimbot Peak Bitte, bitte mach kein Aimbot Peak, danke Da ist mein Maid Island Boy Scheiße, was ist mit dem? Und zu guter Letzt natürlich noch Soul Ring Das ist ein guter, das sehe ich direkt Das ist ein sehr, sehr guter Ich bin gespannt, wie sich meine Mades anhören Warte, warte, oh mein Gott, halt Ich hab den, ich hab den Global, ich hab den Voice Desabled Da war Mein Name ist Oh Gott, oh Gott Mein Name ist Bernardo Mein Name ist Bernardo Oh und ein Follower frei Okay, warte Warum hab ich das denn auf Malig, dummatz? Drei Kalas In Cello, Team Cello Oh Gott, warte, 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 warte Das ist was anderes, als sonst mit den Mades Okay, he's low, he's low, reicht die Team Okay, 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 okay Aber immerhin, Dazia hat's im Blick Er hat's im Blick, er's low Die, die machen das schon noch Ich, ich muss gleich ein bisschen leiser machen Wir fings Nice, boys Nice Very nice, very nice Nice Oho, mit 1 Ach, du Scheiße, der Deleter hat mich deleted, aber hart Wie, wie die pushen jetzt erst, ach, die sind hinten bei, bei T, okay Oh mein Gott Oh mein Gott Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich hab vergessen, wie krank das ist Noch steh ich gut da Ja, ja gut, 2-0 Very nice, bleh Shortgame, wer zuerst 9 hat, hat gewonnen, ne? Oder? So ist es doch We're gonna watch A Oh, regato Ah Mann GG, me, troll Das Oh Gott, das ist wild, Alter Was ist er doing? Nice Okay, okay I flashed something, ich weiß nicht Ich bin blind, auch Vielleicht ist ein M, ist blind Slash down Connector Molly Ja, ich mein One is lower mid Scheiße, und ich call einfach irgendwas Falsches Weißt du, er ist flashed und flasht mich dann erstmal Also ausgleichende Gerechtigkeit, obwohl ich gar nicht geflasht hab Monsieur No game flashbacks direkt I'm going to die No, no I wanna die, man, I don't want to play No, no, you can do this, come on, you can do this One upper mid, one connector Just don't shift, shift is useless now Genau, shift is absoluter Quark Nice A-Rush boys, easy peasy I'm rushing with Deagle, you know Er rushed mit Deagle Und ich hab hier so ein bisschen das Verlangen, manchmal nach rechts auf den Chat zu gucken Es ist, es ist echt krass, es ist echt krass, wie lange ich so nicht mehr reingeschüsselt hab One CT Er ist in Palas oder so Okay Booster? Aber, er ist auf der Skaffel Shit, Firebox One triple Fucking bitches Fucking bitches? Why are you bullying me? Komm, 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 hol in Nice Stay clear, maybe CT Plant the bomb Ja, auf jeden Fall einer CT Komm, jetzt mach ein raffinierter Smoke da Connector Walk the smoke, man Nice Stairs, stairs Nice Oh, no, but it okay No Geh mal vor mit deiner Ack, du stinker No, you have to go, der rot Hä? Er hat einfach den Mate über den Haufen geschossen, einfach so Also wenn wir hier direkt den Deckel drauf machen und ich sofort meinen Supreme Uprank wieder bekomme Weil ich ja Supreme verloren hab aufgrund von Inaktivität Dann wär das natürlich schon höchst sweet, aber mit 5 Kills weiß ich nicht Oh, sorry Okay Oh nicht Ich hab die riesigen Arsch gestorren Der Hafen Volt Fünsche Vielen Dank für die Aficion, das ist für euch. Ja! 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 Er kennt einfach alles. Ich gehe runter. Ist er da? Zumindest ein Konnektor. Ich lasse die AWP-Linie. Ich komme anstudier. Konnektor, zur rechten Seite. Warte, 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 warte. Alter, wie hat er die D-D noch bekommen? Last jungle. Nice! Na Allah, es geht doch! Yeah, yeah, yeah. Nice game. Und noch einen Kussmund. Auf, was soll's, was soll's. Das war's einfach, das war's einfach. Feierstarter, bitte. Ich habe mich jetzt nicht wirklich mit Rum bekleckert, aber... Ich sage es mal so, ne? Supreme ist halt schon da. Daumen nach oben natürlich noch. Zumindest hier so viel wie ich noch schaffe. Ich habe jetzt gerade eben leider kurz scheiße gelabert und nicht. Hä, hä, hä. Okay, naja, immerhin bei den drei. Das war wieder richtig, richtig geil. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Vielen Dank auch für die Kommentare unter dem letzten Video. Vielen Dank für die Likes und so weiter und so fort. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder unter dem nächsten Video. Viel mehr, obwohl ihr seht mich im Video. Ich sehe euch dann in den Kommentaren. Und oder im nächsten Livestream. Wir streamen dreimal die Woche jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Wir haben Viewer Games. Wir haben... Irgendwas runtergefallen. Wir haben Giveaways. Und so weiter und so fort. Also, hallo komm! Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe. Bis zum nächsten Mal.